Es war sehr früh am Morgen. Die ersten Sonnenstrahlen waren schon am Firmament zu sehen, als ich vor das Haus trat. Völlig unerwartet hielt ein feuerroter Sportwagen mit quietschenden Reifen vor mir. Eine schlanke, blonde, elegante Frau stieg aus, ging mit großen Schritten auf mich zu und hauchte. Die Party ist doch noch nicht vorbei, oder? Ich sagte nur, wieso? Die Nacht ist es ja auch noch nicht. Sie ging ins Haus, ich hinterher. Vorher nehm ich nur die Energie. Schwarze Dose 28. Der Tag hat 28 Stunden. Der Tag hat 28 Stunden.